Kapitel 43 Ich wirbelte herum. Goldmünzen klimperten über den Boden und tanzten blitzend im Schein der Lampe. Im Türrahmen stand ein Mann. Im Licht der Laterne, die an einem Haken im Gang hing, war nur sein Umriss zu erkennen. Aber der kam mir sehr vertraut vor. Ich sprang auf. Äh, Meister Galen, ich... Dann verstummte ich. Es war gar nicht Galen. Als ich aufstand, fiel das Licht meiner Lampe auf den Mann. Er war so groß wie Galen, aber schlanker. Seine Augen standen enger beisammen, seine Nase war leicht gebogen, seine Lippen nicht so voll. Sein Äußeres war nicht annähernd so einnehmend wie das des falschen Apothekers. Aber die Silhouette, die ich für Galen gehalten hatte, und seine Gesichtszüge wiesen mir den Weg. Die Erkenntnis kam wie ein Blitz, und das Bild setzte sich zusammen. Brüder, flüsterte ich. Der Mann zog die Augenbrauen zusammen und trat in die Vorratskammer. Das hast du erkannt? Wie interessant. Ich hab das nie für so offensichtlich gehalten. Er fuhr mit der Hand über sein Allerweltsgesicht. Ich an deiner Stelle würde meinem Bruder gegenüber nicht erwähnen, dass du eine Ähnlichkeit zwischen uns bemerkt hast. Er war nicht ganz so kräftig wie Galen, aber ich zweifelte nicht daran, dass er stärker war als ich. Und wahrscheinlich auch schneller. Ich machte einen Schritt nach vorn. Meine Hand fuhr zu meinem Gürtel. Er erkannte sofort, was ich vorhatte. Nein, das tust du nicht. Er legte seine Finger auf das Heft des Dolchs in seinem Gürtel. Wir sind zwar beide bewaffnet, aber ich darf dir versichern, dass ich mit meinem Messer besser umgehen kann als du mit deinem. Ich plusterte mich auf. Das wollen wir doch mal sehen. Ach, hör doch auf. Er winkte ab. Draufgängertum liegt dir nicht. Du hast nicht die nötige Hinterlist für diese Rolle. Da hatte er nicht ganz Unrecht. Das Letzte, was ich wollte, war, mich auf einen Kampf einzulassen. Egal, ob mit Messern oder mit irgendwas anderem. Aber noch machte er keine Anstalten, mich anzugreifen. Das war gut. Ich musste ihn hinhalten, musste Sally mehr Zeit verschaffen, musste abwarten, bis Tom auftauchte. Was wollt ihr? Ich glaub, du kennst bereits die Antwort auf diese Frage. Wieso glaubt ihr das? Weil sie dir ins Gesicht geschrieben steht. Die Art, wie du mich anstarrst, wie du immer über die Tür blickst, wie du deine Lippen zusammenpresst, deine Hand, die unter dein Hemd fahren will. Jede Faser deines Körpers drückt Angst aus. Selbst die Art, wie du dastehst, halb mir zugewandt, halb zur Flucht bereit. Ich kann in dir lesen, Christopher. Das ist mein Beruf. Ich weiß also, dass du weißt, wer ich bin. Seine Worte ließen mir das Blut gefrieren. Ich erkannte, dass er die Wahrheit sprach, dass seine Beschreibung genau zutraf. Meine Brust wurde eng. Was wusste er sonst noch? Was es auch war, leugnen hatte keinen Sinn mehr. Ihr seid Melchior. Er machte eine kleine Verbeugung. Eigentlich Walter. Aber Melchior hat einen so fantastischen Klang, findest du nicht auch? Das ist enorm wichtig, weißt du? Ein guter Name ist das größte Kapital einer Rolle. Melchior, denn für mich würde er das immer bleiben. Walter war kein Name, der zu ihm passte. Also Melchior schien sich darüber zu freuen, mit mir reden zu können. Umso besser für mich. Melchior, sagte ich, war einer der heiligen drei Könige, die dem neugeborenen Jesuskind in seiner Krippe Geschenke brachten. Ja, gibt es einen besseren Namen für einen Propheten des jüngsten Gerichts? Einen Untertanen Gottes, aber mit der Aura des Rätselhaften. Und irgendwie klingt der Name auch bedrohlich. Mein Bruder denkt, ich hätte Ezekiel wählen sollen. Ist das zu glauben? Der Mensch hat einfach keine Fantasie. Ich ertappte mich dabei, wie ich wieder zur Tür blickte, und zwang mich damit aufzuhören. Hat er sich deshalb den Namen Galen zugelegt? Nach dem berühmtesten Arzt der Geschichte? Ja, da hast du's. Er hat einfach kein Feingefühl. Und er lässt sich nichts sagen. Ihr klingt so, als würdet ihr damit rechnen, mit eurer kleinen Farce davonzukommen. Melchior deutete auf die Münzen zu meinen Füßen. Sieht so aus, als wären wir schon davon gekommen. Ich hab' euch entlarvt. Andere werden das auch tun. Das bezweifle ich. Und in Wahrheit, Christopher, hast du uns auch nicht entlarvt. Du hast nur hinter den Vorhang unseres kleinen Schauspiels geschaut. Er rieb sich die Seite seiner Nase. Ich bin furchtbar neugierig zu erfahren, wie dir das gelungen ist. Willst du es mir nicht erzählen? Sein Ton war so ruhig und gelassen, dass ich ihn nur fassungslos anstarrte. Ihr fragt mich danach? Das ist doch besser, als dich zu zwingen, oder nicht? Das könnte ich natürlich auch tun, wenn es dein Stolz verlangt. Aber gern tue ich es nicht. Ich muss wissen, was schiefgegangen ist. Obwohl uns ein solcher Coup wohl nie mehr gelingen wird. Außerdem muss ich zugeben, dass es mir Vergnügen bereitet, einfach nur mit dir zu reden. Ich starrte ihn bloß stumm an. Ich stecke schon den ganzen Sommer hinter dieser infernalischen Maske, sagte Melchior, und rede über nichts anderes als über Prophezeiungen und die Pest. Mir ist so unendlich langweilig. Ich habe seit Monaten kein normales Gespräch mehr geführt. Er zuckte mir den Schultern. Du musst nichts sagen, wenn du nicht willst. Aber dir sollte klar sein, dass ich die Wahrheit früher oder später sowieso aus dir herausbekomme. Es wäre besser für dich, du würdest freiwillig reden. Er wollte mich manipulieren, wollte die Information aus mir herauskitzeln und mich dann loswerden. Trotzdem war mein verängstigtes Herz geneigt, ihm zuzustimmen. Er würde die Antwort bekommen, so oder so. Und wenn ich ihn dazu brachte, dass er weiter mit mir redete, dann bekam ich, was ich von ihm wollte. Zeit. Wieder huschte mein Blick zur Tür. Lass das, tadelte ich mich scharf. Also schön. Ich machte eine Pause, als müsste ich überlegen. Melchior lehnte sich an den zersplitterten Türrahmen und betrachtete mich interessiert. In London bricht die Pest aus, sagte ich langsam. Ihr kommt vor eurem Bruder in die Stadt. Oder vielleicht seid ihr sogar schon hier. Wie auch immer, ihr seid der Erste, der die Bühne betritt. Ihr tretet in eurem Kostüm auf, als Pestarzt, der die Kranken heilen will. Eine solche Arbeit zu bekommen, ist leicht. Die meisten Ärzte der Stadt sind geflohen, und die wenigen, die geblieben sind, wollen nichts davon wissen. Es ist zu gefährlich. Vielleicht kennt ihr euch sogar ein bisschen aus. Vielleicht habt ihr sogar hier und da versucht, Kranke zu heilen. Aber das ist nicht der Grund, warum ihr hier seid. Ihr seid hier, um das Spiel vorzubereiten. Melchior lächelte und nickte. Fahr fort! Ich holte Tiefluft. Ihr fangt an, Leute zu vergiften. Das ist ein Kinderspiel. Ihr müsst ihnen lediglich venezianischen Tereak verabreichen und behaupten, er würde die Pest abhalten. Bei denjenigen, die ihr vergiften wollt, mischt ihr das Gift in die Medizin. Weil alle glauben, dieselbe Medizin zu bekommen, und nur die wenigsten erkranken, merkt niemand, was ihr tut. Und weil ihr ein Gift gewählt habt, das ähnliche Symptome wie die Seuche zeigt, kommt niemand auf die Idee, dass die Kranken an etwas anderem leiden könnten als die Pest. Ihr gebt ihnen regelmäßig die Medizin, was sie nur noch kränker macht. Schließlich sterben sie. Ein paar Pesttote mehr oder weniger, was macht das schon aus? Aber ihr tut es nicht bloß um des Mordens willen. Was ihr wollt, ist als Prophet anerkannt zu werden. Und deshalb macht ihr Vorhersagen, bevor ihr den Leuten Gift verabreicht. Dieser Mann, jene Frau, diese Kinder. Sie alle werden sterben. Und natürlich bewahrheiten sich eure Prophezeiungen, weil ihr ja dafür sorgt, dass diese Mädchen krank werden. Anfangs vergiftet ihr bloß gewöhnliche Menschen. Einige eurer Opfer erfüllen einen Zweck, wie die Waisenkinder in Cripplegate. An dieser Stelle musste ich tief Atem holen und an mich halten, um dem Mann nicht an die Gurgel zu gehen. Die habt ihr nur vergiftet, damit ihr in St. Andrews ein- und ausgehen könnt, wie es euch beliebt. Aber in den meisten Fällen spielt es keine Rolle, auf wen die Wahl fällt. Damit untermauert ihr allmählich euren Ruf als Prophet. Dann, wenn die Stadtväter Notiz von euch genommen haben und alle Menschen euch fürchten, nehmt ihr euer eigentliches Ziel ins Visier. Die Stadträte. Stadtrat Eastwood habt ihr vergiftet. Stadtrat Aldeburn jedoch nicht, weil ihr seinen Tod nicht wolltet. Stattdessen vergiftet ihr die Menschen, die er am meisten auf der Welt liebt. Seine Kinder. Seine jüngste Tochter stirbt. Seine ältere Tochter, Annabelle, erkrankt ebenfalls. Meister Aldeburn ist verzweifelt und fürchtet um das Leben seines kleinen Mädchens. Und dann betritt Galen die Szene. Wie ihr, so spielt auch er eine Rolle. Er legt sich mit den Quacksalbern auf dem Markt an und verspricht ein Heilmittel für die Pest, ohne etwas dafür zu verlangen. Und Galen hat etwas, was die anderen Betrüger nicht haben. Eine Medizin, die wirkt. Er beweist Aldeburn den Wert seiner Arznei, ihm und jedem anderen im Rathaus, indem er dieses kleine Mädchen aus dem Pesthaus heilt. Aber was Galen dem Mädchen wirklich gibt, ist das Gegenmittel zu eurem Gift. Dr. Perrette, dem nicht klar ist, was ihr getan habt, bestätigt die wundersame Heilung. Jetzt zappelt der Stadtrat am Haken. Meister Aldeburn wird alles tun, alles, um Annabelle vor dem Tod zu retten. Natürlich lässt er seine Tochter von Galen behandeln. Und natürlich ist Galen erfolgreich. Danach ist Aldeburn bereit, Galens Werkstatt zu finanzieren. Unglücklicherweise für euch bestehen die einzigen Einnahmen derzeit in den wöchentlichen Spenden, die aus dem ganzen Land nach London strömen, um die Armen zu unterstützen. Dieser Betrag kann nicht vollständig für Galen ausgegeben werden, nicht einmal für ein wirksames Heilmittel. Aber da Galens Betrug irgendwann auffliegen wird, wenn seine Arznei bei echten Pestkranken keine Wirkung zeigt, müsst ihr und euer Bruder so viel Geld zusammenraffen, wie ihr kriegen könnt, ehe das passiert. Und um den Goldregen zum Fließen zu bringen, tut ihr zweierlei. Erstens, ihr vergiftet einen weiteren Stadtrat. Dench bekommt die Medizin rechtzeitig und wird geheilt. Eastwood ergeht es schlechter. Er stirbt. Danach sind selbst die Skeptiker im Rathaus davon überzeugt, dass Galens Heilmittel echt ist. Und zweitens, ihr versetzt die Leute, die an Galen glauben, in Aufruhr, indem ihr ein Attentat fingiert. Ich schüttelte den Kopf. Das hat mir lange Zeit Rätsel aufgegeben. Warum sollte irgendjemand den Heilsbringer töten wollen? Die Antwort lautet, niemand will Galen töten. Ihr selbst wart der Attentäter. Galen schickte Tom aus dem Zimmer, wartete, bis Henry und Dr. Perret eintrafen. Als alle versammelt waren, öffnete Galen die Hintertür und ließ euch ein. Dann stellte er sich an die Wand. Ihr hieltet ihm die Armbrust an den Hals, habt den Pfeil abgefeuert und seid dann geflohen. Die Waffe habt ihr zurückgelassen. Jetzt dreht die halbe Stadt durch. Henry sagte, die Nachricht von dem Mordanschlag sei herausgekommen, weil Galen sich in seiner Wut verplappert hat. Aber er wollte es ja gar nicht geheim halten. Die Leute sollten lautstark und vehement nach der Medizin verlangen. Jetzt und sofort. Das war doch der Sinn der Sache. Die Stadträte hatten keine andere Wahl, als Galen jeden Penny zu geben, den er verlangte. Natürlich wird irgendwann herauskommen, dass Galen gar kein Heilmittel für die Pest hat. Aber er ist geschickt und wird die Herstellung der Medizin so lange hinaus zögern, wie es geht. Es wird eine ganze Weile dauern. Vielleicht ein paar Wochen. In der Zwischenzeit habt ihr tausende Pfund unterschlagen. Und dann, kurz bevor das ganze Kartenhaus in sich zusammenstürzt, macht ihr euch bei Nacht und Nebel davon. Euer Bruder muss sich verstecken. Aber ihr? Ihr müsst bloß euer Kostüm ausziehen und niemand wird wissen, wer ihr seid. Melchior applaudierte. Fantastisch! Wirklich, Christopher. Das war absolut brillant. In einigen Punkten ehrst du dich. Sogar in einigen wichtigen Punkten. Aber du kommst der Wahrheit erstaunlich nahe. Ich bin äußerst beeindruckt. Du hast mir allerdings immer noch nicht verraten, wie du es herausgefunden hast. Es fing damit an, dass ihr bei mir eingebrochen seid, sagte ich. Zum ersten Mal wirkte Melchior überrascht. Das wusstest du. Woher? Meine Krüge standen falsch. Und ihr habt ein Stück Holz in meinem Türschloss zurückgelassen. Melchior verzog das Gesicht. Das war dieses dumme Mädchen, das von gegenüber aus zugeschaut hat. Sie hat mich beobachtet. Deshalb konnte ich den Keil nicht aus dem Schloss holen. Aber die Krüge? Das ist dir aufgefallen? Mein Meister war sehr eigen in der Anordnung unserer Zutaten, sagte ich. Gut, aber das erklärt immer noch nicht, woher du wusstest, dass ich es war. Das wusste ich am Anfang nicht. Ich dachte, es sei einer eurer Männer gewesen. Ihr wurdet in eurem blauen Kostüm gesehen. Am Wams war eins eurer Medaillons. Ah, reumütig schüttelte er den Kopf. Das war ein Fehler. Ich hätte eins meiner anderen Kostüme gewählt, aber in beiden war ich schon in deinem Laden aufgetaucht. Ich dachte nicht, dass ich in dieser Verkleidung jemandem auffallen würde. Dazu hatte er auch kein Grund bestanden. Er hatte ja nicht ahnen können, dass Dorothy mit ihrer Zeit nichts Besseres anzufangen wusste, als im Fenster zu sitzen und zu stricken. Melchior legte den Kopf schräg. Du hast also gedacht, es sei einer meiner Männer. Wie bist du dann auf mich gekommen? Es waren eure kodierten Botschaften, sagte ich. Ich habe euch von Anfang an misstraut. Ich hätte nie gedacht, dass Gehlen mit euch unter einer Decke steckt, aber ich vermutete, dass der Mordanschlag auf eure Kappe geht. Ich habe eine der Botschaften in eurem Zimmer gefunden. Verblüfft starrte er mich an. Du warst in meinem Zimmer. Ich beschloss, das Messer noch ein wenig tiefer in die Wunde zu stoßen. Ihr seid nicht der Einzige, der weiß, wie man verschlossene Türen öffnet. Er lachte. Wie troll ich. Melchior schien es nichts auszumachen, hier zu stehen und mit mir zu plaudern. Ich dagegen wurde von Minute zu Minute nervöser. Wie lange dauerte das noch, bis Sally endlich auftauchte? Und was war mit Tom geschehen? Warum war er nicht direkt hinter Melchior in die Lagerhalle gekommen? Ich verstehe immer noch nicht alles, sagte ich zu Melchior. Melchior breitete die Arme aus. Was willst du wissen? Warum seid ihr in meinem Laden eingebrochen? Wegen seines früheren Besitzers. Meister Benedikt? sagte ich überrascht. Melchior nickte. Wir sind ihm vor Jahren in Paris begegnet, während einer anderen Pestepidemie. Damals haben wir ein anderes Spiel gespielt, mit einem reichen Freund deines Meisters, einem gewissen Chastellin. Er erwähnte, dass Blackthorn möglicherweise kurz davor stünde, ein Heilmittel für die Pest zu entwickeln. Natürlich verfolgten wir die Sache gespannt, weil wir uns, falls dein Meister erfolgreich sein sollte, etwas Neues ausdenken mussten. Wir fanden heraus, dass dein Meister mit einem Gift experimentierte. Es kam nichts dabei heraus, aber seine Forschungen brachten uns auf die Idee mit der Medizin. Allerdings stellte uns das vor ein Problem. Blackthorn kannte das Gift nur zu gut. Er wusste um seine Wirkung. Wenn irgendjemand uns hätte auf die Schliche kommen können, dann er. Melchior schüttelte den Kopf. Du kannst dir vielleicht meinen Schrecken vorstellen, als jemand den Namen deines Meisters erwähnte. Wir dachten, er sei immer noch in Paris. Ich musste schnellstmöglich Nachforschungen anstellen. Deshalb kam ich letzte Woche zu dir in den Laden, in der Verkleidung eines Edelmanns. Ich wollte mich ihm vorstellen und sein Vertrauen gewinnen, ehe ich ihn aus dem Weg schaffte. Aber Tom sagte mir, er sei bereits tot. Das war eine große Erleichterung. Trotzdem musste ich sicher gehen, dass dein Meister nicht irgendwas aus Paris behalten hatte, das uns verraten könnte. Also habe ich diese beiden Idioten geschickt, um dich abzulenken, während ich mir als Meisters Paar an deinem Schloss zu schaffen machte. Auf diese Weise konnte ich einbrechen und nachschauen, ob er noch etwas von dem Gift hatte. Ihr habt es von mir gestohlen? fragte ich. Das Gift? Nein, ich habe selbst einen Vorrat mit nach London gebracht. Dein Meister hatte nichts mehr. Wenigstens konnte ich nichts finden. Ich blinzelte. Und was habt ihr dann gestohlen? Von dir? Melchior wirkte überrascht. Nichts. Ich wollte ja nur sicher gehen, dass du nichts von dem Gift hattest. Er deutete auf das Gold zu meinen Füßen. Wir werden etliche tausend Pfund besitzen, wenn wir hier fertig sind. Was kümmern mich da ein paar Pennys? Mein Geist war in Aufruhr. Er hat nichts aus dem Haus gestohlen. Aber wenn ihr bloß Nachforschungen über meinen Meister anstellen wolltet, warum habt ihr dann gesagt, jemand, den ich liebe, würde sterben? Und warum wart ihr hinter Tom her? Na, Melchior nickte, um deine erste Frage zu beantworten. Diese Prophezeiung habe ich wegen der Leute gemacht. Nicht wegen dir. Du warst der Jüngste. Also galt dir das meiste Mitgefühl. Ein unschuldiger Junge, dem man das Liebste nahm, was er besaß. Diese Prophezeiung wollte ich eigentlich gar nicht wahr werden lassen. Ich hatte schon genug mit den Stadträten zu tun. Und nachdem man Galen dazu gebracht hatte, in deiner Apotheke zu arbeiten, ausgerechnet hielt ich es nicht für klug, die Sache zu verfolgen. Was Tom betrifft, das war die Schuld meines Bruders. Melchior's Stimme klang ärgerlich. Er war so unvorsichtig, unsere geheimen Botschaften zu schreiben, als der Junge in der Nähe war. Er hatte angenommen, dass er deinen Freund so sehr eingeschüchtert hatte, dass er nicht einmal hinschauen würde, was er tat. Aber als Philip, entschuldige Galen, bemerkte, dass Tom doch einen kurzen Blick warf, als er die Botschaften verfasste, hatten wir keine Wahl. Er konnte den Jungen ja schlecht an Ort und Stelle erstechen. Es standen überall Wachen vor der Apotheke, und niemand würde ihm die Geschichte eines zweiten Attentats glauben. Daher war Gift die einzige Möglichkeit, ihn loszuwerden. Das war auch viel besser so, denn wenn Tom starb, würde eine weitere Prophezeiung wahr werden. Galen konnte die Stadträte dafür verantwortlich machen, indem er behauptete, sie hätten ihm nicht genug Geld gegeben, um das Heilmittel herzustellen. Der Assistent des Heilbringers stirbt an der Pest, weil die Stadtväter zu gnausrig waren. Das Geld wäre in Strömen geflossen. Melchior betrachtete mich neugierig. Diese Unvorsichtigkeit meines Bruders hätte sich als Vorteil erwiesen, wenn du Tom nicht aus dem Haus befreit hättest. Ich weiß immer noch nicht, woher du das ganze Schießpulver hattest. Ich zuckte mit den Schultern. Sollte er sich doch den Kopf zerbrechen. Wie du willst, sagte er. Das ist nicht wichtig. Aber dein Einfallsreichtum ist wirklich erstaunlich. Du solltest für uns arbeiten. Ihr würdet mir die Kehle durchschneiden, sobald ich euch den Rücken zuwende. Jetzt betrachtete mich Melchior mit unverhohlenem Interesse. Wir sollten dir wirklich einen Job geben. Ich würde ihn nicht annehmen. Ich deutete auf das ganze Gold. Nicht für alles Geld auf der Welt. Das hier war für die Armen bestimmt. Sie werden verhungern. Wie könnt ihr so viele unschuldige Menschen ermorden? Arme, Reiche, Kinder. Gibt es nicht schon genug Leid in dieser Stadt? Habt ihr denn gar kein Mitgefühl? Melchior lachte. Warum sollte ich? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Melchior sah mich belustigt an. Diese Leute, von denen du eine so hohe Meinung hast, Christopher, wollten dich erst gestern am nächsten Laternenpfahl aufknüpfen. Ich hätte ihnen befehlen können, dir das Herz aus dem Leib zu reißen, und sie hätten sich darum geprügelt, der Erste zu sein. Er schüttelte den Kopf. Das wirst du wohl nie verstehen. Du magst Mitgefühl haben. Sie nicht. Nicht für dich. Nicht für mich. Für nichts anderes außer für sich selbst. Man lernt eine Menge als Schauspieler. Man beobachtet Menschen. Studiert ihre Verhaltensweisen, ihre Eitelkeiten, ihre Ängste. Man erkennt die Heuchelei, sieht das Mäntelchen der Täuschung, in das sie sich hüllen. Zuallererst kommt die Familie, Christopher, und den Schlimmsten unter ihnen sind sogar die nächsten Anverwandten egal. Melchior lächelte immer noch, aber seine Stimme war scharf geworden. Schau dir an, was sie tun. Oh, sie gehen brav zur Kirche und brüsten sich damit, wie viel Almosen sie geben. Aber schau dir an, was sie tun. Wenn auf dem Markt ein Tumult ausbricht, stehen sie dann zusammen und beschützen einander? Oder nutzen sie das Chaos, um zusammenzuraffen und zu stehlen, was sie kriegen können? Wenn sie in Quarantäne sind, bleiben sie dann hinter verschlossenen Türen zum Wohl der Stadt? Oder ermorden sie die Wachen, um zu entkommen, nach dem Motto, besser der als ich? Wenn die Kinder der Stadt zu verhungern drohen, wie viele Miles Gaspars gibt es, die sich opfern würden, damit die Kleinen zu essen haben? Oder werden diese Kinder stattdessen auf die Straße gesetzt, hungrig und ohne einen Penny, als Beute für die schlimmste Art Mensch, die man sich vorstellen kann? Und damit hatte er sich verraten. Da war es, in seiner Stimme, all der Zorn, die Bitterkeit, der kaum unterdrückte Hass. Das wart ihr, sagte ich. Was? Die Kinder auf der Straße, ohne einen Penny, halb verhungert. Das wart ihr. Eure Eltern, sie haben euch im Stich gelassen. Bei der letzten Pest in London. Sie haben euch und euren Bruder sich selbst überlassen. Melchior schwieg einen Moment lang. Als er widersprach, lag in seiner Stimme eine Mischung aus Zorn und Bewunderung. Wie clever du doch bist! Das wart wirklich ihr, wiederholte ich. Ich war sprachlos. Seine Augen blitzten auf. Übertreib es nicht, Christopher. Ja, wir lebten auf der Straße. Aber nicht lange. Ein junger Schauspieler nahm uns auf und machte aus uns, was wir wurden. Er hatte bereits in seinem eigenen harten Leben erfahren, dass man nicht verhungert, wenn man den Hoffnungslosen Hoffnung verkauft. Und jetzt sah ich die ganze Wahrheit. Hier geht es gar nicht um das Geld, sagte ich. Hier geht es um Rache. Melchior zuckte mit den Schultern. Das eine ist mir so recht wie das andere. Ich dachte an Sally, an mich, an die Kinder in Cripplegate, an die Kinder, die kein Dach über dem Kopf hatten, an die Wut, die Scham, allein zu sein, unerwünscht. Das verstand ich. Das verstand jedes Waisenkind. Und ich fragte mich, wenn Stadtmeister Benedikt jener junge Schauspieler mich aufgenommen hätte, wäre ich dann genauso geworden wie Melchior? Wieder dachte ich an Sally. Sie hatte alles verloren und schon bald würde auch sie auf der Straße landen. Trotzdem war sie nicht zu mir gekommen, um mich zu bestehlen. Sie war gekommen, um zu helfen. Ich war nicht Meister Benedikt. Ich konnte ihr keine Zukunft bieten. Trotzdem hatte sie geholfen, nur aus dem einen Grund, weil sie es konnte. Sie war nicht wie Melchior. Sie würde nie so sein wie Melchior. Ihr seid ein Ungeheuer, sagte ich, und ihr werdet bezahlen für das, was ihr getan habt. Ach, Christopher, lachte Melchior. Ganz ehrlich, ich bringe dich gar nicht gern um. Seine Stimme war wieder glatt und freundlich. Er hatte seine wohlwollende Maske aufgesetzt, die ihm eben für einen Moment entglitten war. Weiter so, dachte ich, mach weiter, reiz ihn, piesacke ihn, bis die anderen kommen. Nur so bleibst du am Leben. Dann hörte ich ein Geräusch aus dem Gang hinter ihm. Schritte. Meine Erleichterung verschwand, als ich Melchior anschaute. Er schien nicht im Mindesten beunruhigt über den Neuankömmling. Und gleich darauf sah ich auch, warum. Melchior betrachtete mich belustigt. Nicht der, den du erwartet hast, nehme ich an. Es war Galen. Er trug dieselbe befleckte Apothekerkleidung wie immer. Er hatte sich nicht verändert. Aber jetzt verstand ich, wie Tom zumute gewesen war, als er mit ihm in meinem Arbeitsraum eingeschlossen gewesen war. Auch Galen hatte seine Maske abgesetzt. Und was dahinter zum Vorschein kam, wirkte rücksichtslos und brutal. Er sah mich an, als ob ich ein Käfer wäre. Und zwar einer, den man schleunigst zertreten musste. Was macht der denn hier? Melchior gefiel der Ton seines Bruders offensichtlich nicht. Er ist Spuren gefolgt, die du hinterlassen hast. Und warum ist er da noch am Leben? Galen kam auf mich zu. Ich ging rückwärts und stieß dabei gegen das Regal in der Mitte des Raums. Es knarrte, erzitterte und wackelte bedenklich. Und einen Moment lang befürchtete ich, es würde mich unter sich begraben und Galen die Arbeit ersparen, mich umzubringen. Melchior streckte die Hand aus. Hör auf! Ich hab immer noch nicht alles erfahren, was ich wissen will. Was sollte er dir schon sagen können? fragte Galen. Ziemlich viel, wie es aussieht. Was für Fehler sind dir noch unterlaufen? Bei dem da keiner. Ich hab immer nur mit dem dicken Ochsen geredet. Mit seinem vertrottelten Freund. Hinter ihm im Gang tauchte plötzlich ein Schatten auf. An eurer Stelle würde ich nicht so von Tom sprechen, sagte ich. Galen schnaubte. Und warum nicht? Weil er direkt hinter euch steht. Ich nickte zum Türrahmen. Und so wie es aussieht, hat er eine Armbrust dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.